OpenOffice Text markieren. Vor einer Aktion, zum Beispiel einer Formatierung, muss ich dem Programm klar machen, welche Zeichen davon betroffen sind. Dazu markiere ich diese Zeichen. Ich gehe mit dem Mauspfeil zum Startpunkt, mache einen Klick mit der linken Maustaste, behalte den Klick bei und ziehe zum Endpunkt und lasse dann wieder los. So ist der Text markiert und ich kann mit der Aktion starten. Oder ohne Maus, ich gehe mit den Cursor-Tasten zum Startpunkt, drücke die Taste Shift, gehe mit den Cursor-Tasten zum Endpunkt, lasse die Shift-Taste dann wieder los und der Text ist markiert. Oder, wenn ich alles markieren will, den ganzen Text, drücke ich gleichzeitig die Taste Steuerung und die Taste A.